Einen ganz wunderbaren Guten Morgen Channel 21 zu euch nach Hause. Ich bin wirklich so, 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 so froh, denn am Freitag sind wir hier ganz fulminant live mit euch zusammen im TV gestartet und natürlich zusammen mit Daniela. Guten Morgen, Daniela. Ich freue mich. Zweite Sendung schon. Mal gucken, ob sich ein bisschen Routine einstellt. Noch bin ich aufgeregt. Doch, ich bin auch noch aufgeregt, aber ich glaube, das ist auch ein richtig gutes Zeichen. Und was ich wirklich und deswegen, da möchten wir nochmal ganz, ganz herzlich Danke sagen, denn unser Guten Morgen Format, was ihr jetzt hier immer mit dem ihr in den Tag starten könnt um 9 Uhr bei uns, ja, das ist ja darauf ausgelegt, eben nicht nur so eine One-Man-Show zu sein, das heißt, dass wir euch besprechen, sondern wir gestalten die ja mit euch zusammen, nämlich bei Facebook. Und bitte, Daniela, wenn ich zurückschaue, auch auf das Wochenende, ja, wir zeigen ja auch über das ganze Wochenende euch immer nochmal die Highlights auch der letzten Sendungen, ja, also insofern, wenn ihr sagt, oh, ich muss morgens mal arbeiten, dann schaut da immer mal rein. Wie ist die Möglichkeit, wie war die Resonanz auch jetzt bei Facebook am Wochenende und wie können die Zuschauer, nämlich ihr, mit uns kommunizieren? Erzähl doch nochmal. Ja, wir sind jetzt gerade in diesem Moment auch auf Facebook live, das heißt, ihr könnt jetzt einfach mal auf Facebook gehen und da auch diese Sendung gucken. Und das Tolle ist, ihr könnt mit uns direkt interagieren. Also, ihr könnt unter dem Stream Kommentare schreiben, wir lesen die, wir können die auf den Bildschirm werfen und wir werden sie auch vorlesen. Und letzte Woche war die Resonanz wirklich großartig. Wir haben über 200 Kommentare bekommen, wir haben uns so sehr gefreut. Viele, die uns schon immer bei Social Media verfolgt haben, waren dabei, viele neue aber auch. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr jetzt auch auf Facebook geht. Wie gesagt, ihr könnt uns parallel dort schauen und dann auch kommentieren und wir können miteinander sprechen. Ja, Wahnsinn. Und ich muss dir erstmal ein Kompliment machen. Du siehst bezaubernd, Volker, aus. Ach, danke schön. Was hast du dir denn heute ausgesucht? Wir dürfen uns ja immer was aussuchen, was wir hier tragen, damit wir auch wirklich euch so ein bisschen mitnehmen und zeigen oder so Anreize geben. Und ich weiß, dass du heute so einen richtigen Schnapper dir auch ausgesucht hast. Genau. Also wer uns schon immer verfolgt hat auf Facebook die letzten 120 Sendungen, weiß, dass ich absoluter Sarah Kern-Fan bin. Ich liebe ihre Sachen. Ich habe eigentlich in jeder Sendung Sarah Kern an. Heute auch. Ich stehe mal auf. Ich zeige euch das mal, weil das sind mit zwei meiner Lieblingsteile. Ich liebe diese Bluse. Ich habe sie selber auch. Ich habe sie nur für einen viel teureren Preis gekauft, weil sie kostet jetzt 39,99. Und ich wollte euch diese Schnäppchen unbedingt zeigen, weil das darf man sich wirklich nicht entgehen lassen. 39,99? Das war das aber wirklich günstig. Wahnsinn, oder? Ich liebe die Farbe. Ich liebe diese kleinen Gold-Akzente, die wir hier drauf haben. Den Ärmel, den kleinen Rollkragen. Also ich liebe an dieser Bluse wirklich alles und vor allem jetzt auch den Preis, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Raketenhammer-Preis. Aber auch da müsst ihr wirklich wieder ganz, ganz schnell sein, bitte. Weil wir haben hier, auch wieder sind ganz gesortiert, haben nur noch nicht mehr 50. Das ausverkauft, höre ich gerade von der Regie. Also bitte, wenn ihr da Lust habt, ja, guckt sonst gerne auch bei uns bei www.channel21.de. Da könnt ihr mal schauen, welche Größen natürlich auch noch verfügbar sind. Aber wo du jetzt nämlich gerade deinen ganzen Look zeigst, dann sagen wir mal die Hose. Ja, natürlich die Hose. Ein Feuerwerk, ey. Auch eins meiner Lieblingshosen. Ich liebe auch den Namen Madam Sparkle. Finde ich so süß, den Namen. Und sie sparkelt ja auch wirklich. Sie leuchtet und glänzt. Ich finde es so, so schön. Und auch zu einem Schnäppchenpreis 69,99, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist echt günstig für eine Jeans von Sarah. Ich liebe dieses Outfit. Auch hier wieder 40 Euro gespart. Also wenn ihr Lust habt und den Look von Daniela cool findet, dann auf jeden Fall direkt schon bestellen oder bei uns im Internet gucken. Natürlich könnt ihr immer alles, auch was wir euch zeigen, bestellen. Und ist natürlich auch alles vorrätig. Nur auch hier wieder, wir sehen schon unten, ein bisschen desortiert, auch in den Größen. Und insofern bitte da auch super schnell sein, wenn ihr sagt, boah, krass, für 69,99, die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ihr Lieben, aber wir wären auch nicht guten Morgen Channel 21, wenn wir nicht einen Gewinn für euch hätten. Und den haben wir euch hier unten nämlich einmal aufgebaut. Bei uns ist es jetzt so, und man muss ja ehrlich sagen, ich habe mich so gefreut. Guck mal, uns wurde hier so ein richtig cooler Gutschein, nämlich. 100 Euro. 100 Euro gibt es bei uns zu gewinnen, aber jetzt im Moment immer einmalig. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dieses Set zu gewinnen aus einem 100 Euro Gutschein, unserer Channel 21 Tasche, Tasche, Mama, ganz aufgeregt. Eine Tasse und unseren süßen, süßen, weichen Flauschen. Mama-Flauschen kommt ja auch noch, ne? Genau, und es sind ja sogar zwei. Also ihr bekommt den großen Flauschen und den kleinen Flauschen. Entweder beide für euch oder zum Verschenken. Also super Gewinn. Auf jeden Fall, sagt doch aber bitte, weil jetzt wollen natürlich alle diesen Gewinn abräumen. Und das kann ich total gut verstehen. 100 Euro Gutschein, wow, was für ein Präsent, was hier nach Hause kommt. Und dafür bitte jetzt auch bei Facebook unsere Channel 21 Seite aufmachen. Und ganz fleißig kommentieren, weil alle Kommentare, die seit Freitag eingelaufen sind und die ganze Woche noch einlaufen, sind quasi automatisch bei uns im Lostopf dabei. Genau, ich glaube, der Lostopf, der wird richtig voll am Freitag. Der wird richtig voll, ich hoffe auch. Also macht unbedingt mit, geht jetzt auf Facebook, kommentiert. Wir haben heute auch eine Frage an euch. Letzte Woche haben wir ja gesagt, wem wollt ihr Danke sagen. Das könnt ihr natürlich weiterhin machen, weil wir sind ja im 1000-Dank-Event. Aber heute würden wir von euch gerne nochmal wissen, auf wen freut ihr euch noch besonders in unserem 1000-Dank-Event. Wir haben Sascha Heiner morgen da mit einer Produktpremiere. Georg Stiels wird am Wochenende da sein und seine neuen Produkte präsentieren. Da freuen wir uns auch schon alle riesig auf. Oh, mega, der ist so sympathisch, ne? Ja, genau. Und ich habe für euch, das hat mich ganz verschluckt in meinem Schweineöhrchen. Ich habe für euch wirklich es möglich gemacht, dass aus Hamburg mal die Jungs von Zwillingsherz kommen. Und die sehen nicht nur fantastisch aus, sondern wir werden euch mal ein bisschen erzählen, bei mir dann auch in der Accessoire-Boutique natürlich. Ja, was ist eigentlich Zwillingsherz für ein Label und warum sind wir bei Accessoire-Boutique damit so erfolgreich? Also insofern fleißig kommentieren, auf wen, ne? Auf wen freut ihr euch? Genau, auf jeden Fall. Oh, ich habe gehört, ihr habt schon für meine Bluse angerufen. Oh, ja. Die ist aber auch wirklich sehr, sehr schön. Und darum rankt ihr euer kleines Geheimnis. Das ist nämlich die neue Modekollektion von Sebastian Böhm. Und wir dürfen die ausnahmsweise heute schon zeigen. Der kommt nämlich nachher auch noch. Aber jetzt gehen wir mal auf unsere Plätze und begrüßen gleich nämlich unseren ersten Gast, oder? Auf jeden Fall. Ich nehme mal mein Schweineöhrchen mit. Das ist so lecker. Wir gehen einmal rüber. Hier könnt ihr nämlich mal sehen, das ist unser, ja, wie unser neues Set aussieht auch so ein bisschen. Oh Gott, das habe ich vielleicht doch nicht so schlau gemacht, dass ich hier mein Schweineohr mitgenommen habe. So, ihr Lieben. Wir sind gestern Abend, beziehungsweise der Channel, aber auch eine ganz besondere Dame bei uns gestartet mit einem ganz tollen Angebot des Tages. Und wie das funktioniert, wie das aussieht und warum das ganz, ganz praktisch ist, das verrät und zeigt sie uns jetzt selber. Guten Morgen, Nicole Frenz, komm rein. Guten Morgen. Na, hey. Guten Morgen, Morgen. Guten Morgen. Was hast du denn da mitgebracht? Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen, wenn wir nicht mehr so ganz kräftig mit den Beinen sind, ein bisschen Probleme haben mit dem Laufen. Das ist nämlich ein Shopping-Rollator. Und ich finde ihn sehr einzigartig, Luisa. Warum? Weil ich habe nicht nur die Möglichkeit, hier meine Einkäufe zu verschauen. Wind und Wetter fest. Mit Tasche. Und ich habe eben hier die Möglichkeit, mich hinzusetzen jederzeit auf einen Polstertipp. Darf ich mich da drauf setzen? Natürlich. Hände ich das aus? Und ich hält sie zweimal aus, Luisa. Oh, das ist echt. Ist das nicht bequem? Das ist echt bequem. Das heißt, ich bin nicht angewiesen, mir immer auf eine Parkbank zu setzen, die ja immer beschmiert, bespuckt und ich weiß nicht, was sind. Das ist immer sauber. Immer muss man da drüber waschen. Hier kann ich jederzeit mich hinsetzen, wenn ich das Bedürfnis dazu habe. Und das Allerbeste ist nämlich das Thema Sicherheit. Wir haben ein zweifach Bremssystem hier mit eingebaut. Das heißt, ich habe hier einmal eine Bremse, die ich nutzen kann, wenn ich zum Beispiel Werk abfahre. Nämlich, wenn vorne meine Einkäufe drin sind, dann wird mich ja sonst mein Rollator den Berg runterziehen. Richtig. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, mich sicher den Berg runter zu bewegen. Ich kann mich festhalten und abstützen. Und hier haben wir noch eine Besonderheit. Hier haben wir nämlich eine Feststellbremse. Das heißt, hier kann ich tatsächlich eine Dauerfeststellbremse aktivieren und kann mich dann sicher und gemütlich hinsetzen. Also ich finde den super. Ich hoffe, dass meine Oma Kiki zuschaut. Omi, bist du dabei? Ja, ich hoffe, Papa hat dir Bescheid gesagt. Das wäre für sie der absolute Knaller. Meine Oma ist ja 93. Och, wow. Und die ist aber immer noch gut unterwegs und geht natürlich auch immer noch einkaufen. Ja, perfekt. Perfekt. Ich finde aber auch, der sieht eben nicht so in Anführungszeichen krankenhausmäßig aus. Nein, überhaupt nicht. Du kennst es ja normalerweise. Hast du diese Riesenrollatoren, die sind breit. Wenn im Supermarkt mal ein Karton im Weg steht, kommt man nicht durch. Oder im kleinen Gemüseladen hängt man wieder fest. Der ist richtig schmal mit unter 50 Zentimetern. Das heißt, in kleinen Geschäften kann ich mich bewegen, in der Wohnung. Ich kann auch mal den mit ins Badezimmer nehmen, mich zum Beispiel vor das Waschbecken hinsetzen. Darf ich den mal hochheben? Natürlich. Der wiegt 5 Kilo. Der ist also extrem leicht. Wir haben Aluminium gestellt, aber trotzdem mit über 100 Kilo belastbar. Er kommt aus Barcelona. Das heißt, er ist in Europa hergestellt. Das ist ein kleines Unternehmen. 2016 sind die entstanden. Und die beschäftigen sich nur mit Sachen, die das Leben wieder lebenswerter machen. Die es sicherer machen. Ja, auf jeden Fall. Und die sind also wirklich ganz, ganz liebe Leute. Richtig cool. Und man kann die auch jederzeit anschreiben, wenn man Fragen hat. Ja, das finde ich auch mal ganz toll. Also nutzt auch wirklich die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr habt Fragen an uns oder jetzt auch wirklich an Nicole oder wollt wirklich noch mal irgendwas wissen, auch jetzt zu eben unserem tollen Rollator, dann gibt es die Möglichkeit. Und ich höre, es gibt schon die ersten Fragen. Es gibt natürlich schon Kommentare. Sehr schön. Und Nicole, ich muss dir auch einmal liebe Grüße ausrichten, nämlich von Jörg. Wir freuen uns so, dass du wieder mit dabei bist. Ach schön. Er sagt nämlich, du und Ralf, ihr seid ein absolutes Dream Team. Und der hat schon ganz viel gekauft bei euch beiden, süß, oder? Oh, ich bin total schön. Genau, wir haben Yvonne, die auch mit dabei ist und schreibt, wir haben ein super Programm und tolle Menschen. Sie hat schon Produkte von Ricarda bestellt und von Urbrunn. Ich nehme mal an, gestern, da hatten wir unser ganz spannendes Wochenende mit Ricarda und Urbrunn. Ja, die war Samstagabend gestartet, Ricarda, ne? Genau, ich saß auch die ganze Zeit vor dem Fernsehen und hab geschaut. Frauke wünscht uns einen guten Morgen und sagt, macht weiter so. Heidi ist mit dabei, sie hat bei Heike Schubert und natürlich bei Sarah Kernsung geschlagen. Das kann ich gut nachvollziehen. Sehr schön. Du sag mal, ich hab gerade gesehen, unten auch bei uns, ist ja immer noch drin in der Grafik, den gibt es auch in verschiedenen Farben. Und das finde ich eben auch der Knaller, ne? Wir haben hier ein tolles Rot, wir haben ein klassisches Schwarz und da sehen wir gerade so einen schönen Grauen. Aber das ist auch schick, ne? Finde ich auch. Ja, das finde ich auch wirklich sehr, sehr edel, muss man sagen. Du hast es eben auch angesprochen. Das ist einfach nicht so ein Krankenhausteil. Ja, das sieht wirklich einfach schön ästhetisch aus. Das hat eine wirklich tolle Optik. Und, aber trotzdem er so leicht ist, hat man da wirklich eine Festigkeit, dass man sich auch wirklich sicher fühlt. Das ist vor allen Dingen die Sicherheit, genau. Ich hab zum Beispiel meine Schwiegermutter, die ist auf den Beinen noch recht fit, aber die hat ein Schwindelproblem. Und die braucht einfach was, um sich festzuhalten. Ansonsten tockelt die so ein bisschen, weil sie einfach das Gleichgewichtgefühl nicht mehr hat. Die würde niemals mit so einem Krankenhausrollator durch die Gegend laufen, weil man da einfach denkt, was sollen die Leute denken, wenn ich da mit so einem Teil, dann ist man immer so direkt als alt und gebrechlich abgestempelt und so. Und ich finde, das gibt einen den Halt, das gibt einen die Sicherheit, aber es sieht auch noch schick und schön und modern aus. Und praktisch ist es eben auch noch, weil ich, wie gesagt, meine Einkäufe hier noch reinräumen kann. Es gehen 27 Liter rein, das ist also richtig viel und ich hab jederzeit die Möglichkeit, mich auf einen schönen, gepolsterten Sitz auszuruhen. Und das finde ich halt, ich finde das wirklich super und in der Form kenne ich das auch gar nicht. Nein, hab ich vorher auch noch nie gesehen. Und damit ihr euch zu Hause mal ein Bild davon machen könnt, ja, haben wir nämlich eine kleine Mats für euch und da zeigen wir euch mal, wie das dann ausschaut, wenn ihr damit nämlich vielleicht bald einkaufen geht. Der Einkaufstrolley LED 800 wird Ihnen eine große Hilfe im Alltag sein. Gewinnen Sie ein Stück Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit zurück. Die praktische und leistungsfähige Einkaufshilfe aus Aluminium wiegt nur knapp über 5 Kilo und ist mit großen, stabilen Laufrädern ausgestattet, denen auch kleine Unebenheiten nichts ausmachen. Der Handgriff ist höhenverstellbar und somit individuell auf Ihre Größe einstellbar. An der praktischen seitlichen Halterung lässt sich ein Regenschirm oder Ihre Gehhilfe sicher mitführen. Das Bremssystem umfasst eine Sofortbremse, die für einen sicheren Stand betätigt werden kann und eine feststellbare Sicherheitsbremse. Diese benutzen Sie beim Abstellen des Einkaufstrolleys oder vor der Benutzung der Sitzoberfläche, um ein Wegrollen zu verhindern. Gönnen Sie sich eine Pause, wann immer Sie sie brauchen. Mit dem LED 800 haben Sie immer einen bequemen Sitzplatz dabei. Der Einkaufstrolli LED 800 macht das Einkaufen zum Vergnügen. Genießen Sie das sichere Gefühl beim Gehen, Stehen und Sitzen und verstauen Sie Ihre Einkäufe in 29 Liter großen Innenraum und der zusätzlichen Ablage. Eine enorme Erleichterung für Senioren oder körperlich eingeschränkte Menschen. Der LED 800 hat eine perfekte Größe, um auch durch engere Supermarktgänge zu navigieren. Endlich wieder ohne fremde Hilfe einkaufen. Alles dabei, ohne schwere Tüten, dafür mit viel Sicherheit und bequemem Einkaufskomfort. Und wenn es beim Bäcker doch mal länger dauert, genießen Sie die Wartezeit bis zum nächsten Stück Kuchen einfach auf der Sitzfläche. Zu Hause angekommen, lassen sich die Einkäufe mit der herausnehmbaren Innentasche einfach und bequem aus dem Innenraum entnehmen, um sie wegzuräumen. Mit einem Handgriff lässt sich der LED 800 dann platzsparend verstauen, bis Sie ihn wieder benötigen. Der LED 800 Einkaufstrolli für eine bessere Lebensqualität jeden Tag. Ach so süß, unsere Angelegenheit auch so niedlich, wie sie das gemacht hat. Also ganz toll, nochmal auch, wir haben so tolle Models hier bei uns. Ganz süß, aber auch gesehen, hier bei unserem Bäcker um die Ecke. So einfach ist das nämlich, wirklich mit unserem Shopping-Rollator durch den Alltag dann zu kommen. Und denkt bitte dran, auch wenn ihr jetzt sagt, 229 Euro, das ist natürlich eine starke Geld, das kann ich verstehen. Nutzt bitte immer unsere Möglichkeit, auch eben zu finanzieren in zwölf Monaten und das dann einfach ganz, ganz easy und entspannt so abzubezahlen. Finde ich eine tolle Möglichkeit auch, ne? Unter 20 Euro im Monat. Und ich finde, das soll es ein Wert sein, Sicherheit, Gesundheit und jederzeit sich ausruhen können. Ja, total. Jetzt bin ich aber schon ganz, ganz gespannt, weil du hast nämlich noch einen weiteren Artikel mitgebracht. Und ich finde den so poppig und so cool, weil, ihr habt es vielleicht schon gesehen, um uns herum hier im Set haben wir noch ein ganz, ganz tolles neues Produkt. Was hast du denn hier noch mitgebracht? Das ist ein Einkaufstrolley und mir liegt wirklich am Herzen, Luisa. Weg von dem Klischee, das ist was für alte Leute. Weg von dem Klischee, das ist der Hacken-Porsche, der einen immer in die Ferse fährt. Der ist modern, der ist einfach eine Hilfe im Alltag und auch junge Menschen, finde ich, warum soll man sich immer einen abschleppen? Mit fünf, sechs Taschentüten in die Bahn, in den Bus. Gerade Leute, die in der Stadt wohnen, finde ich, und kein Auto haben, müssen ja auch ihre Einkäufe irgendwie erledigen. Warum immer schleppen? Und der sieht steilig aus. Ein riesen Fassungsvermögen. Den kann ich vierfach verstellen auf meine Größe, das heißt, den Griff kann ich verstellen, den ziehe ich hinter mir her und der sieht einfach stylig aus und ist sehr praktisch. Der ist super praktisch und wir wären ja nicht Guten Morgen Channel 21, wenn wir nicht hier auch etwas Action und natürlich etwas ausprobieren würden. Immer ein bisschen kleine Spiele und deswegen haben wir uns überlegt, wir packen unseren Trolley. Wir packen nicht unseren Koffer, wir packen unseren Trolley, nämlich wir beide gleich auf Zeit um die Wette und versuchen mal zu schauen, ob wir das alles, ja, oder wie viel wir innerhalb von einer Minute da reinbekommen. Insofern, Nicole, wir gehen schon mal einmal hier rum. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Ja, genau, wir gehen schon mal. Ist das hier meiner, der blaue? Der blaue, habe ich gedacht, der passt schön auch zu deinem Outfit. Sag mal, das ist doch wirklich, von der Regie ist das euer Ernst, dass wir die Heißluftfritschöse da auch reintun sollen? Ja, die nehme ich immer mit, wenn ich unterwegs bin, ihr habt da recht. Hier natürlich auch, okay, alles klar. Das sind übrigens alles Produkte, die ihr hier seht, die diese Woche noch auf Sendung gehen. Ja, also egal, das ist übrigens super geil. Das muss ich euch die Woche nochmal vorstellen. Das sind unsere Hyaluron-Pads, die man immer wieder benutzen kann, aber dazu später. Ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, du hast noch nicht ausprobiert. Nein, ich lasse mich auch überraschen. Das ist schon viel, was wir reinkriegen müssen, ne? Okay, wir sind ready. Ihr zählt uns rein, liebe Regie. Zwei, eins, los. Okay, alles klar. Wie viel haben wir? Eine Minute? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich sehe es schon. Komm, ich kriege nur diese Heißluftfritteuse mit. Oh, Daniela, hilf mir. Guck mal, es geht gar nicht rein. Es wird nicht gemurgelt. Das ist ja fies. Luisa, schneller. Guck mal, die Grasfaden sind auch nicht. Ach, ich nehme die doch nicht mit. Ich nehme die anderen Sachen. Ist mir egal. So, das. Was? Vier? Was? Vier. Nicole hat schon fast alles verpasst. Oh Gott. Das kann doch nicht sein. Wirklich. Wie soll ich das? Nicole, du bist froh. Ich habe es auch mit Ordnung nicht so. Also ich muss ja rein. Wie kann ich es daneben noch? Nicole kann los. Ich bin fertig. Ich kann schon los. Wie? Und du hast die Heißluftfritteuse da auch drin? Die auch drin. Und das Tolle ist, dass ich... Wie beim Koffer, ne? Einfach mal draufsetzen. Daniela. Och. Daniela, dann nehmen die weg, die Heißluftfritteuse. Hat sie verschiebt. Sie hat geschummelt. Okay, ich habe den Kanister im Arsch. Ach, du hast das. Ich habe gedacht, wie hat sie das sonst da reingekriegt? Ach, Wahnsinn. Ist mir auch ein bisschen warm geworden. Na ja, zum Glück bei dem schönen Oberteil von Sebastian Böhm sieht man das ja auch nicht, wenn man schwebt. Aber Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Was wir hier alles angetriegt haben. Komplett wetterfest. Das heißt, es kann regnen, es kann stürmen, es kann schneien. Die Einkäufe bleiben auf jeden Fall immer trocken. Ja, weil hier kann man das auch nochmal wie früher bei den Schlafsäcken, wo ich früher campen war, ne? Genau. Dann kann man das hier so zumachen. Richtig, du kannst es ein bisschen hochschieben auch. Genau. Oder runter. Ach, und dann mache ich das. Und sieht ja nicht stylisch aus, Luisa. Mega. Der ist aber auch qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht. Wir haben hier den Griff, den man verstellen kann. Das finde ich wichtig, weil ich bin zum Beispiel sehr groß. Ich brauche viel Fläche. Wenn Sie aber jetzt was kleiner sind, dann machen Sie einfach den Griff dementsprechend mit Knopf auf Ihrer Größe. Wir können den vierfach verstellen. Der rastet auch richtig schön ein. Dann haben wir hier eine Soft-Touch-Beschichtung, dass wir richtig schön auch Griff haben. Und versuchen Sie mal mit dem Trolley sich in die Hacken zu fahren. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Das heißt, Sie können wirklich bequem laufen, ohne dass Sie Angst haben müssen, dass Sie sich die Schuhe hinten kaputt machen, dass Sie sich verletzen. Denn den kann ich wirklich wunderbar hinter mir herziehen. Ich finde den so schick. Bei mir ist der im Kofferraum immer dabei. Ich finde den auch super toll. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause wisst. Ich arbeite ja sonst als Stylistin immer am Set. Und ich bin immer viel auf Produktion, also mit Modemagazin. Und da muss ich, ich kann es dir nicht vorstellen, ich habe, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich habe am letzten Wochenende mit den Skorpions nämlich fotografiert. Das war total spannend. Nein, es hat wirklich Spaß gemacht. Und das Tolle ist, aber ich muss immer schleppen. Also ich muss Bügeleisen schleppen, ich muss Klamotten schleppen, Schuhe. Genau das Richtige. Das ist super. Ich werde mir den auf jeden Fall bestellen, aber natürlich in pink, Leute. Ja, ist auch wirklich die Farbe. Aber ich finde eben, wir müssen weg von den Küche. Keine 200 Stück mehr. Nichts für alte Leute. Der ist jung, der ist modern, der ist teilig. Und das finde ich halt, warum sollen wir uns immer einen abschleppen, wenn es doch so einfach gehen kann und so schick ist. Ich habe hier wieder alles, ich habe die ganze Deko auseinandergenommen. Ich stelle das hier wieder hin. Ihr Lieben, ihr müsst aber schnell sein, weil der ist gestern schon total durch die Decke gegangen. Und ich höre auch jetzt wieder hier, unsere Leitungen glühen wirklich schon. Und ihr seht schon bei allen Farben, das finde ich so cool, alle sind begrenzt, weil am schnellsten mal rot. Und das ist natürlich auch geil, das ist so ein Korallen, ne? Ja, das finde ich auch echt mega. Das ist nicht so ein Feuerwehr-Autorot, sondern wirklich ein richtig schickes, feines Korallenrot. Ja, wir haben für euch hier nochmal alle Farben. Oh, Nicole, ich könnte mich gar nicht entscheiden, wenn ich am besten finde. Also wir haben dieses tolle Rot, davon haben wir am wenigsten tatsächlich, das ist ganz beliebt. Dann eben haben wir auch noch einmal das klassische Schwarz, finde ich auch schick. Ja, schwarz geht immer. Ja, schwarz geht immer, ist auch am unempfindlichsten. Übrigens, ich kann ihn natürlich auch abwaschen. Wie gesagt, wetterfest ist er. Ich finde dieses Petrol-Blau, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Total schön. Und wenn ich einfach auf den Markt auch gehe, einen kaufst du perfekt, weißt du, kann ich alles drin verstauen. Und hab's gut verpackt. Es ist natürlich auch noch eben, ne, regensicher. Ja, das kann ich so durchsuppen. Mega. Ja, schauen Sie sich bitte wirklich bei uns im Netz gerne nochmal alle Farben auch in Ruhe an. Oder aber natürlich auch unseren Shopping-Rollator, der jetzt gerade im Angebot ist für 229,99, aber natürlich auch finanzierbar über zwölf Monate. Du hast es gesagt, Nicole, dann kostet er noch nicht mal 20 Euro im Monat. Und das sollte das natürlich uns allen wert sein, dass wir so eine Erleichterung im Alltag auf einmal haben. Das finde ich auch. Wir haben die Sicherheit, wir haben das Zweifach-Brenn-System, wir haben eine vernünftige Verstauung für meine Einkäufe und ich kann mich eben jederzeit ausruhen und hinsetzen. Auf jeden Fall. Ah, komm, aber Nicole, du musst dich einmal nochmal kurz hier hinsetzen zu uns. Wir haben noch gar nicht, wir haben noch, ich konnte doch gar nicht mit Nicole quatschen, weißt du. Ich wollte genau, ne, also eine Verabschiedung. Mach hier, verabschiede gar keinen. Nein, du bleibst aber ganz kurz hier. Sehr gerne. Du musst noch einmal, nein, ich würde mich gerne mal wissen. Was ist sonst bei dir los im Moment? Womit beschäftigst du dich, was machst du heute noch, was passiert noch nach der Sendung? Wie geht's dir sonst? Heute bin ich halt den ganzen Tag in Hannover. Ich wohne ja in Aachen, das heißt, ich pendel immer hin und her zwischen Hannover und Aachen. Heute habe ich noch drei Sendungen um 11, 15 und 18 Uhr. Oh, sehr schön. Und dann geht's heute Abend wieder nach Hause über die Autobahn, zu meinem Pferd, zu meinem Hund, zu meinem Mann, zu meinem Sohn. Genau in der Reihenfolge. Gibt's da eigentlich, das habe ich letztens mich gefragt, gibt's schon Entscheidungen, ob der Karneval stattfindet nächstes Jahr oder nicht? Wurde das schon, gab schon Daumen hoch oder runter? Also bei uns findet das statt, aber sehr wahrscheinlich mit der 2G-Regel. Ja. Das ist aber noch nicht hundertprozentig raus. Aber finde ich, ist ja auch eine faire Möglichkeit, dass man sagt, man erhält das so weiter. Und ich bin ja immer, ich freue mich immer für alle Gastronomen, ich schreibe ja immer Interviews jede Woche und habe da mit Gastronomen zu tun. Und die hatten wirklich eine harte Zeit und deswegen finde ich immer, ach, bin ich ganz froh, dass es da irgendwie weitergeht. Ja, ich auch. Du bringst eine schöne Bluse, die du anhast. Ich habe es vorhin ja schon gesagt. Ich bin ja auch absoluter Fan von Sarah Kern. Ja, es ist die Sarah Kern Bluse. Ich liebe die Sachen einfach. Die sind modern, die sind schick, die sind sehr angenehm zu tragen. Ja, auf jeden Fall. Nein, die leuchtet so richtig von innen heraus. Finde ich richtig, richtig, richtig schick. Ach, cool. Ja, wir müssen immer einmal auch wieder zu Daniela schauen. Ja, aber unbedingt. Was ist denn jetzt gerade bei Facebook los? Und vor allem, was haben wir denn heute, was passiert denn so im Onlineshop heute? Ja, das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch nochmal kurz ein paar Kommentare. Vielleicht könnt ihr die nochmal einblenden. Beate ist nämlich dabei und sagt, guten Morgen. Liebe Beate, guten Morgen an dich zurück. Jörg Bertram ist natürlich wie auch immer auch mit dabei. Und fragt dich, Luisa, ob du denn mit den Ärzten auch schon mal was gemacht hast. Mit den Ärzten? Noch nicht, wahrscheinlich, aber kommt noch, oder? Nein, mit den Ärzten leider noch nicht, aber hätte ich total Bock drauf. Ich war ja früher aber großer Tote-Hosen-Fan. Aber ich weiß nicht, wie das ist. Ja, das musst du, das können wir auch noch arrangieren, oder? Hier nach auf jeden Fall. Finde ich gut. Ja, ne, wir arbeiten da dran auf jeden Fall. Kommst auch mit, ne? Da komm ich gerne mit hier. Finde ich gut. Ach, so schön, ey. Toll, dass ihr wieder alle bei Facebook auch mit dabei seid. Entschuldigung, man soll ja nicht essen. So lecker. So, wir Frauen sind Multitasking, wir können das. Wir können das, ne? Genau. Wir können aber auch noch mal kurz in den Online-Shop gehen, wenn wir noch kurz Zeit haben. Denn ich wollte euch noch mal zeigen, wie unser Online-Shop aussieht. Oben haben wir immer unsere sogenannten Wechsel-Banner. Der wird auch gleich wechseln. Hier sehen wir aber schon was ganz Aufregendes. Georg Stils ist ab 2. Oktober, ich glaube, das ist Samstag, dabei. Mit Mode, mit Düften, mit Kosmetik. Das wird so spannend. Wir alle fiebern schon hier fleißig mit. Da könnt ihr euch schon mal hoch verab informieren, was es da so geben wird. Ihr könnt einen Blick auf die Produkte werfen. Das können wir jetzt auch zusammen mal machen. Man klickt einfach oben drauf und schon ist man auf der Seite von Georg Stils. Da könnt ihr euch ein Video angucken, wenn ihr Lust habt. Und hier könnt ihr auch schon mal einen Blick werfen auf die Mode, die es geben wird. Ich finde es wahnsinnig schön, diese Strickjacke. In die habe ich mich auch schon ein bisschen verliebt. Oh, schön. Hier könnt ihr euch noch ein bisschen was durchlesen. Es gibt noch ein Interview mit Georg, genau. Und je weiter ihr runterscrollt, desto mehr könnt ihr die Mode entdecken. Tolle Bilder auch und ein tolles Model. Ja, schön, ne? Finde ich auch. Ganz, ganz schöne Bilder. Ja, super, ja. Genau, hier könnt ihr schon mal einen Blick auf die Beauty-Produkte werfen, die es geben wird. Also eine ganz tolle Seite mit einem ganz tollen Text auch dazu, wo ihr euch schon mal informieren könnt. Genau. Ja, man muss echt sagen, Nicole, bei uns ist einiges los hier beim Channel, oder? Also es ist unglaublich. Wir haben so viele neue inzwischen Moderatoren und Experten auch hier bei uns. Also es wird hier nicht langweilig. Ich stolper hier auch manchmal immer über neue Gesichter und denke mal so, ach, schon wieder wie jemand Neues da. Aber es macht es auch schön. Wir kriegen mal frischen Wind rein auch, ne? Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Nicole, ich muss dich leider schon verabschieden. Wir haben ja noch einen Gast erwartet. Jawohl. Auf den bin ich auch schon ganz gespannt, ja? Und insofern danke ich dir erstmal wirklich von Herzen, dass du uns diese wunderbaren Trollys und eben auch den Rollator nochmal gezeigt hast. Ja. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke. Ich nehme den jetzt einfach mit. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Ihnen auch viel Spaß. Wir sehen uns später. Auf jeden Fall, ne? Ey, ruhig, gleich nochmal reinschauen, dann ist Nicole wieder für euch da. Wir schauen aber direkt nämlich auch mal, wir haben für euch mal aufbereitet, was passiert heute noch im Tag? Und wie sieht es bei dir aus, Daniela? Wo freust du dich da am meisten drauf? Ja, das kann ich fast gar nicht sagen, weil es wird so ein spannender Tag. Es geht ja gleich im Anschluss weiter mit Sebastian Böhm. Dann haben wir eben schon gesagt, Nicole ist mit Clever daheim. Und dann Nicole, ähm, Luisa, ich komme schon ganz durcheinander, weil ich so aufgeregt bin. Apricot Beauty. Ja, und das finde ich richtig cool. Die Box, die kann ich eigentlich gleich nochmal zeigen. Ne, die müssen wir nochmal aus deiner Tasche wieder rauskragen. Das kriege ich alles nicht mehr raus. Also seid heute im Laufe des Tages dabei. Ganz viele tolle Angebote wieder heute für euch natürlich. Und ein buntes Programm, so wie ihr das natürlich gewohnt seid hier bei Channel 21. Und jetzt bin ich ganz, ganz gespannt, denn ich durfte ihn ja schon mal in der Guten-Morgen-Sendung haben, als wir noch nur bei Social Media unterwegs waren. Und ich habe mich auch so ein bisschen verliebt, muss ich ehrlich sagen. Ein ganz, ganz toller Mensch. Und ich bin froh, dass er heute so früh aufgestanden ist für euch und für Daniela und mich. Guten Morgen, Sebastian Böhm. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich werde dich einmal drücken. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Ich habe dir auch schon extra das Vollwaschmittel hingestellt. Ja, genau. Toll. Schön. Ich freue mich sehr. Guten Morgen. Wo sind wir denn? Guten Morgen. Ich freue mich total, Basti. Ja. Du bist gestern, ja, ich habe gedacht, ich esse mein Schweineohr heute oder ich zerlege es auf jeden Fall. Basti, du bist gestern Abend schon auf Sendung gewesen und bist wieder mal fulminant hier durch die Decke gegangen. Was gibt es bei dir gerade und was kann dieses Spray besser als alle anderen? Was soll ich dir sagen? Das ist tatsächlich der offizielle Arbeitstitel, den wir hier bei Channel 21 haben. Das ist das stärkste Haarspray aller Zeiten. Stark, nicht im Sinne von, dass es sozusagen bretthart auf dem Kopf hat, sondern das stärkste Haarspray von den Inhaltsstoffen her. Anderthalb Jahre haben wir insgesamt an der Serie jetzt rumgedoktert. Das ist meine sozusagen langersehnte Hollywood-Serie und ich habe immer gesagt, wenn ich nicht nach Hollywood kann, dann muss Hollywood zu mir kommen. Und jetzt sind wir hier sozusagen. Und vor allem, dass du damit auch Hollywood-Glam einfach mit zu uns hier zu Guten Morgen Channel 21 heute bringst. Und was ich so geil finde und das darf ich auch einfach jetzt mal sagen, das Wort ist nämlich, das, es gibt ja ein Cleversparen im Moment, wenn man das Haarspray kauft und eben die Bürste dazu, dann gibt es einen ganz, ganz tollen Cleversparenpreis heute für euch. Und wir haben heute erstmalig, ich habe sie mir jetzt geschnappt in der PV, die goldene Bürste. Und ich habe gedacht, für mich kleines Schneewittchen, das passt perfekt zu meinen goldenen Haaren. Ja, absolut. Also die Bürste hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben, das ist der absolute Wahnsinn. Also wir haben es selber gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir ja sozusagen schon viele Jahre die Schwarze sehr, sehr gut etabliert haben, die es übrigens auch immer noch gibt, das ist man nebenbei. Aber tatsächlich haben wir dann gesagt, ach, lass uns da mal irgendwie eine goldene machen, weil viele Zuschauer und Zuschauerinnen sich eben ein bisschen was Farbiges gewünscht haben. Und ich kann schon mal verraten an dieser Stelle, ganz exklusiv bei dir, Luisa, das ist nicht die letzte Farbe, die wir sozusagen promoten werden, sondern es ist nur ein Anfang von etwas ganz, ganz Neuem. Mehr kann ich aber noch nicht verraten. Lange Rede, gar keinen Sinn. Die ist so durch die Decke gegangen, so durch die Decke gegangen, dass die Leute uns die wirklich aus der Hand zerrissen, äh zerrissen, gerissen haben. Und jetzt kommt der Hammer. Beim letzten Mal war das schon so, als wir die schwarze Bürste präsentiert haben, dieses Mal war es auch so. Die Leute haben teilweise zwei, dreimal die Bürste geholt, haben dann gewartet, ein halbes Jahr. Und haben es dann bei Ebay reingestellt. Das ist kein Witz. Die goldene Bürste ist jetzt auch gerade aktuell bei Ebay drin. Ich habe sie gesehen, letzte Woche war eine drin für 110 Euro. Das ist kein Witz. Abgefahren. Weil es limitiert ist. Und das ist sozusagen das Spannende an der ganzen Nummer, die es limitiert. Was bedeutet, wenn die weg ist, dann ist die weg, dann gibt es die auch nicht mehr. Wir halten es da wie die großen Modehäuser. Weißt du, wenn dann alle ist, ist alle. Ja, aber finde ich auch gut. Das gibt dem Ganzen natürlich auch mal, finde ich, einen ganz anderen Rahmen. Eine Exklusivität. Guck mal, genau. Da haben wir es übrigens noch mal für euch drin, das Cleversparen. An der Seite Hollywood Glam Haarspray ganz strong nämlich. Und mit der Brush Haarbürste zusammen. Ja, hier 5 Euro nochmal sparen, wenn ihr das jetzt bestellt. Aber ich möchte auch eine haben. Du musst nachher bitte einmal dein goldenes Haar damit kämmen. Und damit ich einen ein Haar mit nach Hause nehme. Achso, ja, ja, ich glaube aber, das ist nicht viel. Wir hatten ehrlicherweise, der kriegt uns maximal Beschwerden, wenn da noch ein Haar von mir drin hängt. Aber nein, tatsächlich ist es total geil, weil es steht alles im Rahmen von Gold und Hollywood und so weiter. Und die Geschichte hinter der Serie ist die, Luisa, ganz kurz angerissen. Ich habe immer wirklich als kleiner Junge total den Traum gehabt, nach Hollywood zu gehen. Jetzt hat es mit der Schauspielkarriere leider nicht geklappt. Mit dem Singen haben wir gestern in der letzten Live-Sendung gelernt, ist es jetzt auch nicht so gut. Nein, hast du gesungen gestern? Ich habe es versucht, es war nichts. Nein? Nein, es war nichts. Die haben den Ton runtergedreht. Nein, es hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, da muss ein bisschen Hollywood zu mir kommen. Und dann hatte ich einen Schlüsselmoment. Und zwar, kurze Geschichte, ich war gebucht für Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, die Hauptdarstellerin von Tribute von Panem. Und die ist in Berlin gewesen im Sony Center. Und die hat zu mir gesagt, als ich angefangen habe mit Haarspringen und so zu arbeiten, hat die zu mir gesagt, dass sie das so gerne hat, wenn sie Produkte auf dem Kopf hat, die ihr auf dem roten Teppich permanent das Gefühl geben, dass sie einparfümiert ist. Ah, okay, das ist einfach ein geiler... Sie möchte sich auch teuer fühlen. Dann habe ich gesagt, das stimmt, so Haarspringen und so, die riechen ja auch immer so ein bisschen nach Gas und so. Und so richtig geil sind Haarspringen nie. So, wenn du die in der Drogerie kaufst oder so, dann ist das immer irgendwie so. Und dann habe ich gesagt, wir müssen also irgendwas Tolles machen. Und jetzt haben wir eine Serie rausgebracht. Darf ich schnuppern? Ja, unbedingt. Und zwar auf Magnolien-Basis. Oh, das riecht wirklich geil. Ist das der Hammer? Das riecht... Es riecht überhaupt nicht nach Haarspringen. Oh, guck mal, Daniela, musst du dir auch mal zeigen. Zeig mal. Ich bin doch immer so empfindlich, also bei mir ist das ein guter Test. Vorsicht nicht, dass ich dir... Das riecht überhaupt nicht nach Haarspringen. Genau, das ist der springende Punkt. Und alle meine Produkte, die wir haben aus der Hollywood-Serie, sind eben so parfümiert, dass man eben sagt, man übertreibt sich, man hat nicht das Gefühl, dass man eine Flasche Kölsch Wasser auf den Kopf ausgekippt bekommen hat, sondern es ist so ein ganz wohliges Gefühl. Und man fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie, als wenn man auf einem roten Teppich ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, irgendwann mache ich es. Und vor anderthalb Jahren haben wir dann angefangen zu planen. Und jetzt steht es hier und ich bin ganz beglückt. Ja, total, kannst du auch sein. Und Basti darf auch noch weiter beglückt sein, weil ich finde es so sensationell, Basti, dass du eben deine Produktpalette erweitert hast. Und weil wer, wenn nicht du, sollte Mode machen. Pass auf. Und ich bin so glücklich, dass ich heute das schon mal anhaben kann. Das ist der Hammer. Du hast ganz exklusiv die ersten zwei Teile aus der neuen Kollektion. Das ist so schön. Wir nennen das Ganze die Art Collection. Ja, kann ich verstehen. Also das große Thema ist All About Black. Also schwarz ist ja das neue Bunt für mich, schon immer gewesen. Wir haben natürlich auch zukünftig noch viel, viel Farben. Aber hier haben wir das erste Mal jetzt All About Black. Ein edles Thema. Und wenn du jetzt so angezogen bist mit diesem wunderbaren Wasserfall da vorne dran, mit dieser coolen Hose, die du anhast, dann siehst du so einfach cool, lässig und luxuriös aus. Und dann die Haare dazu. Und das ist genau der Traum, den ich immer hatte, Frauen ganzheitlich wunderschön darzustellen. Und jetzt haben wir noch sozusagen was, was richtig fancy ist. Ich bin in Zentraleuropa der einzige Friseur, der das macht. Krass. Im Teleshopping. Kein anderer Friseur. Ich würde auch keinen Friseur kennen. Das macht sozusagen ganzheitliche, ich nenne es mal ganzheitliche Kundenpflege. Ganzheitliche Kundenpflege. Und da haben wir gedacht, jetzt sind wir die Ersten bei Channel 21 als Vorreiter. Das ist natürlich mega geil. Ich habe gestern auch schon geflennt, weil es natürlich ein sehr berührendes Gefühl war, plötzlich das in der Hand zu halten. Weil wir haben wirklich mit dem Dirk auch im Hintergrund, und so kennst du ihn ja, wir haben wirklich lange daran rumgebastelt. Und wir haben tausend Teile gehabt, wo ich gesagt habe, nee, das funktioniert nicht, das will ich nicht. Und das ist nicht nur meine erste Kollektion, sondern gefühlt jetzt schon die Beste, die ich je gemacht habe. Wirklich wahr, da steckt so viel Herzblut drinne und vor allen Dingen sinnhaftig. So dankbar, dass ich das heute schon mal anziehen durfte. Also du mal blutig zum Beispiel. Ich finde, das sieht auch ein bisschen fast aus, das ist so zart wie so schwarze Rosenblätter. Richtig, es ist ein bisschen Stella McCartney und es ist auch ein bisschen Victoria Beckham. Ich zeig mal die Hose. Ja, unbedingt. Die sind nämlich auch so cool. Und ganz ehrlich, ich finde, die Preise sind wirklich bezahlbar. Das ist wirklich ein super, super toller Preis. Und das ist halt einfach, schaut euch das mal an. Ich muss mal einmal kurz hier meine links runterziehen. Wir haben hier an der Seite nämlich noch diese tollen Zierreißverschlüsse. Das ist einfach, das hat natürlich auch so ein bisschen was Rockiges. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Style. Und jetzt sage ich dir was, du hast natürlich das große Glück. Ja genau, guck mal, der Hosenbund. Wie so ein Smoking-Bund. Und die Texturen, die du hast, ob das jetzt die Hose ist oder ob das jetzt die Bluse ist, alles inspiriert auch ein bisschen von meinem Beruf. Ich arbeite ja auch als Friseur mit Texturen und ich wollte mit unterschiedlichen Texturen arbeiten. Und diese Kombi ist perfekt. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Wir haben Größen gemacht, dass sich jeder in den Klamotten wiederfindet. So jetzt muss man das ja mal sagen, du siehst ja aus wie ein Victoria's Secret Model, ne? Figurtechnisch, ja? Was die ganze Morgen kommt? Aber es ist ja so, machen wir uns nichts vor da draußen. Die Mädels und so, die haben natürlich nicht alle eine 36. Ja, das stimmt. Oder eine 34 oder eine 38, ganz im Gegenteil. Und deswegen haben wir die komplette Range aller Größen gemacht. Das war mir unheimlich wichtig, weil ich gesagt habe... Dass sich auch jeder da wiederfindet. Ja, und wenn du nur 50 hast, dann kannst du trotzdem sexy aussehen. Ja, ist ja eh von mir frei. Du musst sexy aussehen. Ich liebe Kurven. Gerade dann. Ich sag mal, die Blübensfiguren, die kommen jetzt wieder. Tatsächlich, wir sehen es auf dem Laufsteg. Die Modewoche war ja gerade unter anderem in Mailand. Und ich habe gesehen, da haben sie unter anderem die Tochter von Madonna auf dem Laufsteg gemacht. Und zwar bei Fendi war die, glaube ich. Und die ist, ich sag jetzt mal, gut in Futter. Gut proportioniert. Ja, absolut. Und da habe ich gesagt, genau so muss es sein. Das ist richtungsweisend. Es ist nicht mehr wie früher Ende der 90er Jahre. Linda Eva Galista, auch tolle Frau, ne? Obwohl die jetzt gerade im Gesicht ganz viel passiert ist. Wirklich war. Oh, das passt hier leider bei so vielen. Aber hast du es gesehen? Die hat jetzt ihren Schönheitschirurgen verklagt. Echt? Kein Witz. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Leute damit immer anfangen. Und dann sehen die immer, wenn sie am Ende fertig sind, ganz anders und viel älter aus. Ja, absolut. Linda Eva Galista, eine der hübschesten Frauen dieser Welt. Toll, ne? Die hat so eine Kältebehandlung gemacht. Und sagt jetzt, dass sie eine allergische Reaktion hatte, ne? Ja, klar. Aber mal nebenbei. Und der Trend ist aber dahin, dass alles ein bisschen weiblicher ist. Und ich wollte einen coolen Look haben. Ich wollte einen Luxuslook haben. Und ich wollte einen Look haben, mit dem du ins Restaurant gehen kannst. Mit dem du aber auch zum Business-Meeting gehen kannst und zum Einkaufen. Ich finde es so, so schön. Und weißt du, was ich auch geil finde bei der Bluse? Das haben Daniela und ich auch vorhin gesagt. Du hast ja wirklich hier vorne diesen Volant-Latz. Ich finde, sie ist ja auch wie mit so einem Laser geschnitten. Das heißt, du hast es nicht mehr umgenäht. Und das ist genau das, wo du gesagt hast, was auch wirklich so eine, ja, wie so eine Atelier-Einfache-Arbeit ist. Und das ist so schön. Keine Knopfleiste drunter, Daniela. Es ist echt cool, oder? Genau, das war das Erste, was ich gefragt habe. Ja. Ja. Keine Knopfleiste und du schwitzt nicht drinnen. Wir haben hier eine Viskose. Und vor allem, ich habe hier schon richtig gearbeitet heute. So, die ist luftig und vor allem, die ist auch hinten im Nacken. Vielleicht können wir das nachher mal zeigen. Das ist total süß. Ja, das ist ganz schön gestaltet. Da hast du nämlich so einen kleinen, das hat man natürlich mein ganzes, ne? Kann man das sehen? Kann man das sehen, ja. Und das finde ich so sehr, sehr, weißt du, das ist so ein bisschen Mädchen. Ja, ich finde das auch toll. Und das finde ich ganz toll. Also an dir sieht es gut aus und ich glaube an euch da draußen, wenn ihr sozusagen euch traut, meine erste Kollektion, die Art Collection sozusagen, euer eigen zu nennen, dann seid ihr gut beraten. Weil wir machen, oder ich, mein Team und ich, wir machen Mode für Frauen, die ein bisschen was zu sagen haben wollen. Die gerne einen Auftritt haben wollen und die dominant sein wollen. Wir sind jetzt nicht, wie aus dem Katalog, mal eben für, zum Aldi zu gehen oder so, sondern wir machen wirklich Mode für den Tag, der sozusagen dafür sorgt, dass du ganz haltlich immer gut aussiehst. Weißt du, früher war das so, bei einer bestimmten Generation, dann bist du abends ins Restaurant und dann in die Diskothek gegangen, dann hat man sich zum Abend schön gemacht. So, tagsüber saßt aber aus wie eine Schippe Mist. Ja. Und die Zeiten sind vorbei. Du gehst morgens schon raus, als ob du auf den Laufstieg gehst. Und genau das ist der Anspruch, den ich habe. Voll schön. Du siehst übrigens auch wieder so geil aus. Basti hat immer Looks dabei, unglaublich. Vor allem geiles Shirt. Bist du ganz ein Roses-Fan? Ja, total. Ich liebe das, aber auch nur, weil ich den Sänger so sexy fand. Aber fand, ne? Ja, fand, also. Also, aber der war schon, mit dem wäre ich heute, mit dem wäre ich heute verheiratet. Durchgebrannt, ne? Ja, auch wie, oh, gronnendes Haar und so ein bisschen dreckig sah der aus, ne? Ja, ich mag das ja auch. Ja, aber die müssen, die dürfen nur, die dürfen nicht dreckig sein, die müssen nur dreckig aussehen. Ja. Dann finde ich das sehr schön. Übrigens auch Jared Leto. Oh, ich hab, ihr seid der Wahnsinn. Apropos Jared Leto. Weißt du, was der auch immer, der hat immer total geile Hosen an, das war auch ein bisschen inspiriert. Können wir gleich vielleicht noch bei der Hose sehen, bei dir, was wir da gemacht haben. Ja, muss ich noch mal aufstehen? Ne, guck mal, das hier. Hier ruft nämlich alle an für den Look. Es ist unglaublich. Die Leute sind voll in der Leitung. 36. Was? Schon weg? So gut wie weg die 36. Die 36 Schüler fassen. Ja, ich sag's dir, es geht jetzt ab hier. Es tut mir leid, ich hab heute so einen Oma-Schlüpfer angezogen, hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich, hätte ich, hätte ich mir einen sexy String angezogen, ne? Aber dann, nein, aber ich find's einfach wirklich, es ist so eine coole und es ist wirklich auch wieder, ich mag das ja bei den Jenkins, du hast das Gefühl, du bist nicht nackt, weil du hast halt einfach eine geile Punji-Roma-Qualität, ich mag das ja auch nicht, ne, wie man schon hier mit meinem Schnüpfer heute hat. Aber wenn du's nicht gesagt, hättest du mir auch immer so aufgefallen. Ihr Süßes. Aber es ist einfach so eine Rockstar-Hose. Es ist super geil und ich mag es, dass es so ein geiler Stilbruch ist. Oben einfach wirklich dieses super edle, ja, was einfach wirklich schön die Figur umspielt und dann unten einfach so ein bisschen, ne? Och, Leute. Und ich find's einfach geil, dass euch das gefällt. Ich liebe euch zu Hause. Und für alle Größen und das ist halt auch so wichtig, weil ich will eben auch, dass jeder sich gekleidet fühlt, ne? Ich find das übrigens mit einem Schlippi ganz hübsch, wenn ich das nochmal thematisiere. Ja? Ja. Guck mal, das ist auch super. Ich find das wirklich nicht. Entschuldigung. Ach, nee, ist jetzt mal bereit, ich mich besser vor, wenn du kommst. Und zum Outfit, als ich heute Morgen aus dem Hotel rausgegangen bin, hat mich die Redsitzende gefragt, ob ich gerade aus dem Berghain komme. Ah, geil. Aber ey, wo hast du, wo findst du so eine Hose auch? Die Hose, kann man das, darf ich darüber sprechen, dass es so eine Hose ist? Ich bin hier ein großer, ich bin hier ein großer, ich bin hier ein großer Olli-Jero-Star-Fan. Also, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist der Chefdesigner von Beimer. Ja. Und nicht nur, dass ich den super niedlich finde, ich liebe die Geschichte von ihm. Ich liebe die Geschichte von ihm, der kommt ja aus den Slums, ein adoptiertes Kind und gilt ja als der neue Lagerfeld tatsächlich. Lagerfeld hat ihn ja auch gepusht, noch zu Lebzeiten. Ein großer Fan von ihm, ich werde bald ihn treffen dürfen. Nein. Und ich werde einen Heiratsantrag machen. Ich hab das mit Mike noch nicht abgesprochen. Sieht aber auch sexy aus. Alles an dem. Olli-Jero sieht so gut aus. Viel passiert auch im Gesicht, aber es ist okay, ja. Das ist eine bei meinen Hose, die ich anhabe. Oh, cool. Und jetzt kommt aber der Hammer. Jetzt ist die heute Morgen kaputt gegangen. Na wo? Nein, ich bin so viel geworden. Nein, das kann ich nicht sagen. Ach so. Am wo? Das geht morgens um 9.42 Uhr, geht das noch nicht. Nein, aber ich liebe ihn trotzdem. Aber hast du getapet wie immer einfach, ne? Nee, getapet hab ich's nicht, ich hab's zugebunden. Zugeboh. Tatsächlich, weil ich hatte keinen Zwirn und keine Nadel, kein Nadel, aber ein Satz. Selbst ist der Basti böse. Genau. Und der zum Beispiel, der hat mal in einem Interview gesagt, das ist gar nicht so lange her, hat er gesagt, ihm fehlt in der Fashion-Welt, fehlen ihm kreative Köpfe, die nicht nur Schuhe machen, die nicht nur Klamotten oder nicht nur Haare machen, sondern die alles machen. Und dann hab ich gedacht, na also, wenn der Olivier sagt, dass wir das in der Welt brauchen. Er hat doch von dir gesprochen. Ja. Hundertprozentig. Nee, ich werde ihn jetzt bald kennenlernen. Oh, das finde ich aber ein bisschen. Bei dem Creté Porté. Oh Gott, ich, schaffst du das? Ja, ich werde das. Soll ich mitkommen? Ja, also. Ich lasse ihn erstmal das R umkippen, dann mach ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Nein. Weil ich mache dort für einen sehr großen Kosmetika-Hersteller, mache ich dort eine Fashion-Show. Und die werden ausgestattet von ihm. Ich war so aufgeregt, dass ich eben nicht gehört habe. Wo war das? Präter Porté. Ja, nein, wo musst du da hin? Paris, Mailand, Barcelona, Paris. Präter Porté ist Paris. Mir ist ganz heiß. Ja. Bin immer aufgeregt, wenn du da bist. Bist du schon an Präter Porté ist gewesen? Ich war tatsächlich nur New York und Berlin. Das ist natürlich geil. Also ich kann dir sagen, der Pariser Mode-Zirkel, ich bin ja selber da gewesen und habe vier Jahre lang für große Labels zur Head-of-Haare-Make-up gemacht und unter anderem einmal für Lagerfeld. Da habe ich ihn kennengelernt. Oh Gott. Geiler Typ, das ist eine tolle Geschichte. Ich rede ja auch mal den ganzen Tag, aber ich glaube, da hätte ich auch so gestanden. Pass auf, können wir es kurz anreißen? Ganz kurz können wir es kurz anreißen. Na klar. Lagerfeld, also ich habe Linda, nicht Linda, ich habe Letizia Custer gemacht. Die war die Muse. Oh Gott, ich habe sie geliebt in Asterix und Obelix. Genau, Letizia Custer. Ich war zuständig Haare, Make-up, Head-of. 60 Stylisten. So, und dann war es ungefähr 20 Minuten vor der Show. Ich am Föhn gewesen bei der Letizia Custer. Ich merkte plötzlich, also ich hatte alles im Blick, weil ich musste das sozusagen, ich war gebucht als Head-of. Und merkte, dass plötzlich alle aufgehört haben zu arbeiten. Der Raum wurde ruhig. Es ging eine Nervosität los und plötzlich kamen Presseleute rein. Mir war klar, jetzt kommt King Karl. Ich war aber mit meinem Modell noch nicht fertig. Und dann kam er rein, alle haben aufgehört zu arbeiten und applaudiert. Und ich, Böhm, aus dem Osten, den Föhn angemacht und habe erstmal weitergeföhnt. Na, weil ich musste fertig waren, es waren nur so 10 Minuten zur Show. So, dann kam er zu mir, tippte mir auf die Schulter, fragte mich, welche Sprache ich spreche. Dann habe ich gesagt, Deutsch. Dann habe ich gesagt, du hast nicht applaudiert, als ich kam. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwas sagen, damit ich den irgendwie beruhige. Dann habe ich gesagt, es gibt nur eine Person, für die ich applaudiere, wenn sie in den Raum kommt, das ist meine Mutter. Dann hat er sich umgedreht und hat kein Wort mehr mit mir gesprochen. Ich denke, das war es. Karriere vorbei. Danach haben wir uns auf einer großen Kinoleinwand, die ich schon nochmal anguckt, das macht er immer. Und dann verteilt er Daumen. So, und das höchste der Gefühle ist immer so ein halbschräger Daumen. Und dann hat er gefragt, wer ist Chef auf Haare Make-up? Dann muss das da aufstehen. Dann hat er so gemacht und hat er gesagt, sie sind zwar ganz schön frech für einen Ostdeutschen, aber ich mag sie. Und dann habe ich drei Jahre weitergebucht bekommen für Chanel. Ja, und das war richtig toll. Das ist wirklich eine Ehre, ne? Absolut. Ich habe den kennenlernen, ein toller Typ, hat mich sehr inspiriert bis heute. Es ist schade, dass er verstorben ist. Der hätte, glaube ich, noch viel gemacht in diesem Leben. Ein nie endender, sprudelnder Brunnen an Kreativität. Und ich glaube aber, in Olivier lebt da ein bisschen weiter. Habe ich so ein bisschen, weil der läuft den gleichen Weg. Und jetzt werde ich ihn kennenlernen irgendwann und dann werde ich ihn fragen, ob er mich heiraten will. So, jetzt ist es raus. So, wir haben, nein, du musst deine Kollektion natürlich mitnehmen. Wenn der Olivier will, dass ich ein Kleid anziehe, dann ziehe ich ein Kleid an. Das kannst du aber glauben. Ich wehre gerne die Luft um dich rum, die atmet, wenn du dorthin gehst. Ich brauche schon eine Assistentin oder so? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon meinen Koffer gepackt. Ja, guck mal, alles schon dabei. Wo, Assistenten? Ja, Assistenten. Ich brauche jetzt dich nämlich. Also, ich habe eine kleine Challenge für dich, weil, ich weiß nicht, ich glaube, Daniela, da hast du auch allen Barbies die Haare geschnitten, Glatze geschnitten, ich habe alles. Ganz schlimm. Wenn man sich meine Barbies von früher anguckt, dann hat man Angst, mit mir befreundet zu sein, weil ich habe allen Glatzen geschnitten und dann habe ich sie angemalt. Ganz hässlich. Und wir haben aber gedacht, wer, wenn nicht Sebastian Böhm, könnte einfach mal ein kleines Umstyling machen. Hier bei Germany's Next Channel 21. Und deswegen haben wir gedacht, du kriegst jetzt einfach mal die Aufgabe, guck mal, ich habe dir meine Schere mitgebracht, mit der ich meiner Tochter immer den Pony schneide. Das ist eine offensichtlich sehr hochwertige Schere. Also, dass ich irgendwann mal im deutschen Fernsehen einer Barbie die Haare schneiden werde. Luisa, das geht nur bei dir offensichtlich. Du, ich bin ganz gespannt. Du darfst dich voll entfalten, was die Frisur angeht. Und ich habe dir auch noch so ein paar Eddings hier hingelegt. Du darfst auch die Farbe verändern, wenn du möchtest. Und während du da jetzt arbeitest, würde ich sagen, die sieht ja auch wirklich nicht schön aus. Alles an der Barbie-Puppe ist verkehrt, was nur verkehrt sein kann. Ja. Die, die diese Barbie-Puppe produziert haben, die produzieren auch Horrorfilme, das sage ich euch. Ja, die produzieren auch andere Puppen, glaube ich. Guck dir mal das Outfit an. Na ja, wer weiß. Vielleicht gibt es hier Inspiration. Die kriegt jetzt hier einen schönen Bock von mir, ne? Ja, genau. Das ist natürlich eine Herausforderung. Alter Schwede. So, während Sebastian jetzt auf jeden Fall mal schneidet, ich hoffe, ihr ruft immer noch fleißig auf für Sebastians Outfit an. Nämlich für seine neue Art Collection, die ich heute trage. Weil ich habe gehört, ihr habt schon ganz, ganz fleißig hier heute mit uns kommuniziert, nämlich schon bestellt. Die superschöne Bluse. Und ich hoffe, ihr macht das weiter, wenn ihr schlau seid. Weil nämlich heute haben wir da einen Angebotspreis drauf. Und deswegen würde ich sagen, ich frage mal jetzt hier Daniela, wie es nämlich bei uns bei Facebook aussieht. Und wer gerade bei Facebook wieder mal kommentiert hat, schreibt doch gerne mal, wie findet ihr Bastis neue Kollektion? Und wie gefallen euch die Teile? Und vielleicht auch... Also wir haben natürlich schon Rückmeldung gekriegt, ist ja klar. Die Schere ist richtig gut. Die kann richtig gut schneiden. Nicht... Leute, wenn ihr euch denkt, was ich hier mache gerade, ne? Hat die denn am Rücken, die Barbie? Tattoos? Naja, nee, da steht noch drauf, wo sie produziert wurde. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Liebe Leute, wir können es ja sagen. Also, naja. Also, ich mache jetzt hier einen schönen graduierten Bob. Der ist ja relativ zeitlos. Ich meine, die wird trotzdem keinen Mann kriegen, so wie die ihr Gesicht ausdrückt. Aber... Oh Gott. Ach, geil. Ja, ich hatte auch erst überlegt, es gab auch ein Brautpaar. Aber der Mann hatte nur angemalte Haare. Ich habe gedacht, das bringt es dann ja auch nicht weiter. Ich möchte noch mal ein paar Kommentare vorlesen, bitte. Ja, bitte, bitte, bitte. Auf jeden Fall Kommentare vorlesen. Ich wollte nämlich, bevor das jetzt auch runterrutscht, der Kommentar, Gysi Müller ist natürlich auch dabei und hat nämlich schon geschrieben. Was das für eine schicke Bluse ist. Für ihn können wir natürlich nur zustimmen. Und sie findet auch dein Konzept, Basti, der ganzheitlichen Kundenpflege, glaube ich, ziemlich gut. Juhu. Ich bin ja so froh, dass der verstanden wird. Weil die denken so, hä, der Friseur macht jetzt Klamotten? So, weißt du? Aber danke schön. Wie hieß er nochmal, diese süße Mauer? Gysi Müller. Gysi. Wo ist er? Da ist er. Hallo, liebe Grüße. So ist aber auch ganz schön, ne? So ist ein bisschen Fokuhila. So ein bisschen asymmetrisch. Vornebenhila. Nicht asymmetrisch, sondern asymmetrisch. Aber das mit dem Schwindeln, das kannst du auch nicht so gut, ne, Luisa? Lügen? Ja. Ich versuch's immer wieder, aber es nimmt mir mal keiner ab. Alter Schwede. Die sieht auch aus. Sieht doch groß aus. Naja, guck mal, jetzt wird's schon ein Bob. Du, es wird, du, wenn die was Schickes anhätte, ne, und wir so ein bisschen an ihrem Gesicht auch rumfeilen würden, da würde noch was draus werden. Guck mal. Wir machen jetzt, das ist auch schon so ein bisschen, feilen wir auch schon an der Sebastian Böhm Barbie Collection. Das wollte ich ja auch als Kind. Nee, ich fände das so geil, wenn's ne Barbie geben würde. Ja, so ne Böhm Barbie. Ja, aber dafür bin ich zu unprominent. Das kann man nur sagen. Ich glaub, es gibt doch insgesamt, ich glaub, die Katzenberger war die einzige Deutsche, nach der ne Barbie gemacht wurde. Ja? Ja, okay, das liegt auch nah, so bei den... Aber ansonsten gab's da, glaub ich, gibt's, glaub ich, bei den Deutschen gar keine... Ich glaub, Verona hatte noch, hatte die nicht ne eigene Barbie? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, Verona Pult auch, ich guck das gleich mal nach. Aber die meisten sind ja immer international, die das dann machen. Ich weiß auch gar nicht, ob so Kinder noch mit Barbie spielen, das ist bestimmt hier schon so, durch diesen ganzen Gender und Diversity-Geschichten. Also meine Nichte macht das schon, die mag auch Puppen und so und das finde ich auch ganz gut, sollen die das ruhig machen. Also ob das jetzt ein gutes Frauenbild ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber... Aber ganz ehrlich, sieht cool aus. Finde ich auch. Warte mal, jetzt kriegst du noch eine Strähne von mir, eine schwarze. Ich überleg auch schon die ganze Zeit, ob ich nicht mal zu dir komme in der Pause. Kannst du ja auch mal abschneiden, meine so. Finde ich ganz cool. Ich glaube ja, dass du mit so einem französischen Bob gut aussehen würdest. Ja? Aber du bist ja auch so ein Haarmonster, ne? Ich glaube, du musst dann jeden Tag was machen. Und da weiß ich... Ja, ich weiß. Und da weiß man eben nicht. Er erzählt nämlich, er braucht manchmal anderthalb Stunden morgens, um dich zu schminken. Stimmt das? Ja, heute auch wieder. Das war Restauration, ja. Ja? Wirklich. Restauration. Der Verfall ist nah, sag ich immer. Schatz, ich war gestern noch auf einer Wahlparty. Ich bin... Ich hab mich gar nicht abgeschminkt. Ich hab nur drüber geschminkt. Ich höre jetzt gerade. Wir müssen euch noch einmal drauf hinweisen, nämlich auf die wunderbare Bluse. Die haben wir euch nochmal eingeblendet für 59,99, nämlich heute im Angebotspreis. Eine wunderschöne Bluse, die Sebastian mir ausnahmsweise schon mal heute hier zum Antesten und Anschmiegen gegeben hat. Aber wir haben natürlich auch noch weitere schöne Artikel, weil damit geht's nämlich ja auch gleich weiter hier bei uns im Programm, nämlich du bist gleich, du bist direkt hier danach, ne? Live on Stage, on Air. Unbedingt bitte, 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 bitte dranbleiben und einschalten. Hier haben wir... Wow! Das ist ja krass. Das ist ja cool. Der Oberhammer. Ey, was ihr da immer macht in der Sendung. Ich finde das so geil. Vorher, nachher ist ja auch leider, bin ich unglaublicher Fan von. Oder, Daniela? Was denn? Ich hab gerade Kommentare gelesen. Ich liebe Vorher, nachher. Ich auch, ich auch. Ich suchte da immer danach. Auch im Magazin und so weiter. Ich finde das immer... Ich finde das auch. Ja, weil es zeigt uns einfach, was möglich ist. Ganz ehrlich. Vorher, nachher. Ich finde ja... Wir haben ja nochmal die Möglichkeit, die Barbie-Puppe zu zeigen. Ich hab mal Streben gemacht. Na klar. Weil... Aber finde ich alles so ein bisschen Tiger-mäßig jetzt. Guck mal. Mmmh. Ja, wir zeigen euch noch einmal, weil wir haben nämlich natürlich jetzt auch die Bürste eine Bürste von dir in Gold. Und wir haben schon drüber gesprochen. Was ist das Besondere eigentlich an der Bürste? Warsti, warum ist das einfach die beste Bürste? Also die Bürste ist sozusagen lackiert in goldenem Klavier-Shellack von der Shell aus. Und dieser Shellack sorgt dafür, das haben wir bei der Natascha gestern schon gesehen, und beim letzten Mal und selber heute wieder sehen, dass die Haare maximal glänzen. Du hast einen unsagbaren Glanz, eine Griffigkeit, das antistatisch wirkt sie. Und durch die Luftschlitze, die hinten drin sind, zirkuliert die Luft des Föhnes besser und du hast einfach maximales Volumen, verbrennst dir die Kopfhaut nicht mehr. Oh geil, das hört sich wunderbar an. So, ich muss dich hier einmal kurz alleine lassen. Wiedersehen. Weil... Ja, ich hoffe wiedersehen. Du musst noch einmal mit der Bürste deine Haare kämpfen, damit ich ein kleines Anhängsel von dir habe. Wir zeigen euch nochmal, hier seht ihr nochmal unser Hollywood Glam. Die Hair Cream, nämlich 1999 heute zum Angebotspreis. Die Artikelnummer 3103028. Oder ihr guckt natürlich bei uns bei www.channel21.de und bestellt dort ganz in Ruhe. Scrollt euch da durch, da könnt ihr euch nochmal auch unseren Shopping-Rollator angucken. Ja, auch natürlich, wenn ihr sagt, ihr seid jetzt erst aufgestanden, habt die Sendung noch nicht gesehen und ihr wollt gerne nochmal sehen, wie Sebastian Böhm unsere Barbie umgestylt hat. Ihr könnt auf Facebook die ganze Zeit immer nochmal unsere Sendung euch anschauen im Laufe des Tages und euch dann natürlich nochmal anschauen. Nicole Frenz hat ganz toll gezeigt, wie unser Shopping-Rollator funktioniert, warum er so besonders ist. Und wie gesagt, 229 Euro viel Geld könnt ihr aber finanzieren, dann für weniger als 20 Euro. Wir zeigen euch nochmal, wir haben auch noch ein Nachher-Foto von unserer Sebastian Böhm Barbie. Ja, ganz ehrlich, Basti, wir machen auf jeden Fall eine Barbie-Collection mit dir. Da geht es nicht um. Wir haben auch noch einen Überraschungsgast, Natascha. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Laune versprüht ihr ja. Das ist, also ich bin jetzt immer bei euch, wenn ich da bin. Das tut doch richtig gut. Für Lisa kriegt man immer Kaffee mit Schuss, deswegen haben wir immer so gute Laune. Ah, okay, da muss man gleich probiert werden. Kaffee mit Schuss, lecker. Ich habe aber auch ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum man mir eine Morningshow gegeben hat. Late Night wäre besser. Vielleicht switchen wir bald um und ich mache dann das Ende immer. Also nach der letzten Live-Sendung gehe ich dann lieber raus und dann kommt er wirklich immer auf ein Eierleger. Luisa, weißt du, was ich so toll finde, dass ihr heute auch beide was angesprochen habt. Sebastian, du weißt, begeistert ich von deinen neuen Outfits bin. Ganz neu mit dabei. Du hast es auch an. Um 10 Uhr präsentieren. Gestern Abend durften wir Luisa schon mal kurz drauf gucken. Und ich habe ja die 50, also die höchste Range. Wirklich von 36 bis zur 50. Okay, bei den Flauschen, du musst einmal die Bluse zeigen. Der Flauschen, der ist so schön. Und ich liebe diese Bluse. Ich habe es gestern schon gesagt, ich habe mir hier für die Sendungen alleine schon zwei bestellt. Ich sitze jetzt und glauben Sie mir, eine Frau in der 50 ist jetzt nicht so lustig beim Sitzen, ja? Ach ja, ist ja so, ja? Wir reden ja hier, wir sitzen ja am Kaffee. Ja, auf jeden Fall. Also, aber gucken Sie sich mal bitte an. Die ist doch ein schöner Schmeichler. Und ich bin jetzt wirklich auch überall nicht. Und die macht Spaß. Die ist leicht, die ist locker. Und das liegt daran, lieber Sebastian, weil du den Rücken tatsächlich mit Viskose ausgestattet hast. Das heißt, die ist irrsinnig elastisch. Und egal, wie viel sie wo haben, die geht einfach mit. Und auch völlig egal, in welcher Konfektionsgröße. Also, ich liebe es. Auch natürlich die Hose. Und schau mal, wie mega du aussiehst. Und ich halt in der 50. So ist das halt. Ich finde das ganz toll. Aber es ist natürlich tatsächlich auch immer so, ne? Bei Schwarz, das geht halt immer. Man sieht jetzt auch in Wasser. Ja. Trägst du irgendeine andere Farbe manchmal? Na, ich liebe ja, ich bin Friseur, ich liebe ja Schwarz. Aber tatsächlich geht auch Gelb. Ja? Gelb? Ja. Gelb geht auch. So, sie ist unsere limitierte Edition. Natürlich könnt ihr den auch mitbestehen. Ganz, ganz flauschig, fluffig. Und natürlich auch in unserem Gewinn heute mit drin. Ja, ihr könnt ja immer noch 100 Euro Einkaufsgutschein gewinnen. Plus zwei Flauschen, plus eine Channel 21 Kaffeetasse, damit ihr mit uns immer in den Tag starten könnt. Und insofern, wir sagen tausend Dank. Immer noch die ganze Woche auch. Damit geht es auch gleich weiter. Und worauf dürfen wir uns bei euch jetzt gleich freuen? Auf ein Angebot des Tages. Wirklich bitte hier schnell mit dabei sein. Ich habe meine Haare, Luisa, extra explodiert gelassen. Weil ich gesagt, ich habe so ein Friss-Haar. Und du siehst jetzt, obwohl es kurz geföhnt worden ist, Friss-Haar. Sebastian hat das Beste entwickelt an Haarspray, wo du wirklich tatsächlich dann den Friss wegbekommst. Oder mein Hund. Ich hatte mal einen Begel. Der läuft ja wirklich. Das ist doch geil. Sebastian, du darfst nicht immer alles anfassen. Es tut mir leid. Der Hund ist ja echt. Nein, aber Natascha hat recht. Wir machen von Kopf bis Fuß gleich die Frauen schön, allen Alters, alle Größen, alles dabei. Es wird also ein absolutes Fest. Um 10 Uhr, Natascha, ich freue mich total. Ich mich auch. Und heute machen wir sozusagen die Eröffnung mit der Luisa zusammen. Und starten. Richtig, cool. Ich nehme mir gleich meinen Flauschen und lege mich direkt neben das Set, wenn ich darf. Ja, und entspanne mich ein bisschen noch von gestern Abend und natürlich vom frühen Aufstehen heute. Ihr Lieben, ich danke euch so, dass ihr da wart. Ey, du bist immer eine Bereicherung. Ja, er kann auch Pippi. Sebastian, du sollst da nicht. Er kann auch Pippi. Guck, 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 guck. Nein, der hat auch Wort. Der hebt das Füßchen. Bitte guck. Ist das toll. Oh Gott. Er hat gegen den Flauschen gesagt. Das geht nicht. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, hier ist immer was los. Ihr Lieben Gott, ist ja süß. Der hat ja noch mal eine Kaffeetasse um. Mach doch bitte. Mach doch bitte. Mach doch mal das Pippi. Mach doch mal das Pippi. Ihr Lieben. Bleib jetzt dran. Ich bleibe gleich. Dann würden wir mit einer Tasche. Daniela, komm, ich geh jetzt Kaffee trinken. Bis morgen. Tausend Dank. Das neue Angebot des Tages. Heute ab 20 Uhr. Die Lieblingsbox von Aprico. Wiederverwendbare Hyaluron Pads für Hals, Stirn und Mund. Inklusive Pet Cleanser zur einfachen Reinigung der Pads. Das neue Angebot des Tages.